So leer und doch so voll war der Marktplatz in Finsterwalde selten. Schuld waren die Temperaturen weit über 30 Grad. Diese sorgten dafür, dass sich die zahlreichen Zuschauer des Festkonzertes anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft Finsterwalde-Montaterre eher ein schattiges Plätzchen am Rande des Marktplatzes suchten. Auf der Bühne das symphonische Blasorchester der Kreismusikschule Gebrüder Graun unter Leitung von Andreas Bergener und Schüler der École de Musique aus Montaterre in Frankreich unter Leitung von Dominique Rebère. Musikalisch ließ man gemeinsam die Geschichte der Städtepartnerschaft Revue passieren. Es war im Jahr 1962, da hat sich ein Renault 4 über holprige Straßen gen Mitteldeutschland geschlichen und die Insassen kamen aus Frankreich und waren gemischter Gefühle. Sie wurden von Menschen kontrolliert, die noch vor 15 Jahren davor Frankreich besetzt halten. Einer der Insassen war sogar in der Resistanz aktiv. Das war der französische Bürgermeister unserer heutigen Partnerstadt, Montaterre, Marcel Kuhn. Und er hatte schon Kontakt mit dem damaligen Bürgermeister Kurt Krängel, um hier ganz vorsichtig und ganz sanft ein kleines Pflänzchen der Partnerschaft. Man hat damals noch nicht mal von Freundschaft gesprochen. Höhepunkt des Konzertes, eine kleine Akustik-Session der beiden Musikschulleiter. Die beiden Vollblutmusiker lernten sich im Zuge der Städtepartnerschaft kennen und schätzen. Beide Musikschulen trafen auch schon mehrfach bei verschiedenen Gelegenheiten aufeinander. Als Zeichen der Anerkennung überreichte Chris Poller, dem Gast aus Frankreich, ein kleines Präsent. Und natürlich musizierten beide auch gemeinsam zur Freude des Publikums. In unserem Lausitzwelle-Kulturfenster können Sie beide demnächst gemeinsam musizieren, sehen und hören. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Merci beaucoup, Dominique Ribert. Danke schön. Danke. Und natürlich. Danke schön.